In so einem Atelier, in so einer Wohnung, wenn da war eine Party, da kamen die Bullen und haben das Ding geräumt. Und das waren ja nicht nur Punks, das waren Künstler, Lyriker, Maler, Theaterleute. Das war also gerade Anfang der 90er, 80er Jahre noch ziemlich gemischt gewesen. Die haben ja auch in irgendwelchen Ateliers oder so, sind ja den Punkkonzerten, haben ja stattgefunden und so. Bis sie dann später in die Kirchensachen verlagert worden ist. Die Kirche war auch immer so eine Art sichere Zone. Man wurde zwar von außen überwacht, aber die Bullen sind wirklich nie heringekommen und haben das Ding zugemacht. Die haben so eine Jugenddiakone, die sozusagen so eine Jugendarbeit gemacht haben von der evangelischen Kirche. Und die haben, sagen wir mal, Außenseiterjugendlichen ihre Räume zur Verfügung gestellt, dass die sich dort sozusagen entfalten konnten. Zum Anfang waren sie sich nicht darüber bewusst, ob was die sich da einlassen, wenn die uns da reinholen. Und da gab es dann auch Möglichkeiten, dass da mal Bands und so vor größerem Publikum spielen konnten und so. Berlin, Erlöser, Bluesmesse und irgendwie sprach sich rum, da können wir auch spielen. Punks werden da spielen, wir spielen da auch und so. Und dann sind wir da hin und da war alles schon aufgebaut. Ich weiß ja nicht, ob die ihre Gitarren mitgeschleppt haben oder was, wenn das Schlagzeug stand. Und da erinnere ich mich noch sehr genau, dass ich hinter diesen Trommeln da rumrockte und dann flogen die Steine, bom, bom, bom und auch mit aufs Schlagzeug rufen. Und dann dachte ich, ist ja geil, so wart doch bei Sexpistols auch, da sind da auch erstmal die Flaschen geflogen und so. Und dann wurde da auch tierisch gepokt, da waren ja auch ganz viele Punks da, die dann alle an die Wand gedrückt haben, also die beiden Freien draußen irgendwie in die Büsche. Und dann da rum gemacht haben und am Rand standen dann die besoffenen Hippies und haben dann irgendwie ihre Flaschen geschmissen oder was. Ja, das ist wirklich ein Glücksgefühl, wenn man sieht, dass die Leute zur Musik pogen. Ja, unser erstes Konzert, das war für mich irgendwie schon das allergrößte. An der Stelle hätte das letztendlich vorbei sein können, weil da hatte sich sozusagen alles auf einen Punkt auch eingelöst. In Leipzig haben wir in der Kirche ab und zu gespielt, aber auch in Studentenclubs oder zu Ausstellungseröffnungen von irgendwelchen Künstlern haben wir ab und zu gespielt. Jede Tour war ein Riesenhighlight, weil wir mit einem Riesenmob losfuhren, uns irgendwie in die jeweilige Stadt durchschlugen. Und das war was, was man jeden Tag neu entdeckt hat. Da kam jeden Tag was Neues dazu, eine neue Band, ein neues Outfit. Es hat sich so immer weiterentwickelt, das war nicht schön fertig. Das war richtig was, was in Bewegung war. Das waren ja elendlange Touren, irgendwie nach Karl-Marx-Stadt von Berlin und wieder zurück, in so einem versifften Reichsbahnwaggon. Halle war noch ganz wichtig, Friedenskirche Halle. Also wenn Friedenskirche Halle angesagt war, das war schon ein richtiger fester Termin. Da sind alle Leipziger hin, da sind die Berliner hin, da sind die Dresdner hin, da haben sich alle getroffen. Das ging so weit, dass die Stasi dann ganze Züge zurückgeschickt hat von Leuten irgendwie, wo sie gesehen hat, dass sie Punk sind. Ich wohne dort, wo die Schützung nie regiert, dort wo dich jeder Spießer angstiert, dort wo man Mauern baut, sich keiner was zu sagen traut. Ich wohne in einem Wiedelstaat, aber das ist so hart. Ich wohne in einem Wiedelstaat, aber das ist so hart. Ich wohne in einem Wiedelstaat, aber das ist so hart. Ich wohne in einem Wiedelstaat, aber das ist so hart. Nach einer Dreiviertelstunde ging uns sozusagen die Titel aus. Dann klatschten die Leute weiter, dann musste man wiederholen und wie toll das dann war mit Schleimkeim und vor allen Dingen auch mit dieser Unterschiedlichkeit. Aber die fand ich toll, also das war sowas ganz anderes. Und da merkte man, die waren jünger, die wollen was anderes und wie ich sage, der wollte, also der hat Schlagzeug gespielt, als wenn er ein Schwein schlachten will. Also da kam eine ganz andere Energie rüber. Das waren ja aber auch keine Künstler, das waren selber ja Schlachthofarbeiter. Das heißt, die brachten was ganz anderes in diesen Punk rein, als wir, die im Grunde genommen ja an der Akademie studiert hatten. Also wenn die Bullen da reinkamen, haben sie nicht gefragt, ist da Cornelia Schleime oder ist da eine mit dem Irokesenhaarschnitt, sondern wir wurden insgesamt rausgejagt. Bei dem einen Mal, da hatte ich irgendwie so einen Top an und da knallte mir die linke Brust raus. Die stecke ich doch nicht wieder rein. Ich lasse da draußen. Die haben auch alle gedacht, die gehört dazu. Also ich meine, das war, und vorher war ich im Grunde genommen beschämt, katholisch und romantisch. Und da steck dann auf der Bühne und, ja, ist mir doch wurscht, ob der Busen rausguckt oder nicht. Also da hat sich schon viel in mir verändert. Das war für mich die konsequenteste Art in dieser Zeit, in meiner Subkultur sozusagen, mich mit dem Staat auseinanderzusetzen, also auf Konfrontation. Das macht ja auch Laune, also das war viel besser als mit Nachbarsjunge, weil den hast du ja schnell geschafft. Punk ist Kommunikation, das heißt, ich schreibe eine Zeile, die wollte ich ja nicht für mich. Was habe ich da, kriegt dort aufstehen wieder hoch, was habe ich dazu, wenn ich mir den Satz selber sage. Nein, der muss in ein Publikum gebrüllt werden. Das heißt, das war, ist eine Form von Kommunikation gewesen auch, ne. So. Also. Indem ich was sehr Direktes also angesprochen habe. Ich war im Jetzt, ich war nicht in einer Kunstblase, sondern ich war im Jetzt, ja. Und da, das ist schon ein Schnittpunkt. Vorher war ich in dieser Blase mit der Vergangenheit, man wollte so malen wie Paula Modersohn-Becker oder sonst was. Ja, man hatte ja viel gelesen auch, ja. Also hat sich sehr mit Vergangenheit, Gegenwart gab es ja in der DDR nicht. Die war ja jämmerlich, deshalb hat man sich sozusagen mit der Vergangenheit arrangiert. Zukunft gab es auch nicht, ne. So. Und dieser Punk hatte die einzige Möglichkeit von Gegenwärtigkeit zu leben, ne. Die Tatsache an sich, dass es so etwas wie uns gab, schon Rebellion war. Das haben wir zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so überschauen können. Wollten halt die Welt verändern, haben wir ja vielleicht auch ein klein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Ja. Vielen Dank.